Willkommen zu einem neuen Video Mario Kart Tour. Diesmal der Donkey Kong Cup. Wir starten auch direkt mit dem Dino Dino Dschungel. So, Dino Dino Dschungel. Let's go. Wo sind wir? Irgendwo. Oh nein, ich hab ein falsches Kart. Verdammt. Wir sind hier mit Rocken, ey. Verdammt. Mist. Erstmal hier durch die Mitte. Oh ja, bin ich hier beim... Keine Ahnung, nicht was. Mal gucken, wie weit wir mit diesem Kart hier kommen. Irgendwie versehentliches Falsche genommen. Zack. Busten wir mal hier durch. So. Langgezogene Kurve. 15. So. Triftet nicht. Schön. Lalalala. Lalalala. Mh. Irgendwer liegt genau. Aber immerhin bin ich Erster. Oh jott, oh jott. Wat. Was ist denn das für ein Karre? Oh nein, doch nicht hier so. Wo, 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 wo. So, jetzt schauen wir mal hier. Schöne starke Kurve wieder. Stoff geben. Hopp. Ah, ich gehe in den Baum, Mann. Oh mein Gott. Manchmal. Ey. Junge, wie fährst du denn? Meine Güte. Kunstbanause, ey. So, jetzt geht mir mal was Schönes. Zack. Boah. Das konnte ich gar nicht. Boah. Ey, Leute. Ey, wo hüpft der? Hin. Alter, wo bin ich mit dem beknackten Platz hier hinten? Ja. Super. So kann das ja kein Leben hier. Wenn der so einen Klabaudermann fährt. Hopp. Hopp. Und zieh. Na, das fährt da. Eieiei. So, jetzt mal wieder mein richtiges Kart holen. Weiter. So, jetzt kommen wir zu Toad's Pistol. So, jetzt aufpassen. Hier, diesen will ich. Genau. Und Start. So, und Donkey Kong Cup bleiben wir. 3DS Toad's Pistol. Bumm. So, links, rechts, Bommi. Und dann mal so schön raus driften. Und jetzt gleich. Oh, nee, du. So, bumm. Juhu. Ich muss hier auch mal. So, und. Gut. Ach, Mann. Ich hasse diese blöden Blitze. Die nerven sowas von dermaßen. Unglaublich. So, dann kommen wir wieder. Bumm. Bumm. Ah, nicht getroffen. Bumm. Ey, hat er den abgeschützt mit so einem Herzengedöse? Wies ja nicht. Ach. Ey. Ich hasse dich doch nicht schnell. Hier. So, erstmal durch die Lüfte. Auf den dritten Platz. So, jetzt gibt ihn ein paar gute Items. Genau. Hat er wieder abgeblockt. War klar. So, nur gemarkiert. Ganz. Jawohl. So, gib mal Gas. Ja, bumm. Ach, dritte. Ei, 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 ei. Spiel mal hier gegen die Rennprovis. So. Kommen wir jetzt zum nächsten, zum Gebirgspfad. So. Zack. 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 Start. Um 3 ist der Gebirgspfad. Okay. Hier kommen die schönen Steine. So. So. Stopp. Bleibt mal schön nach vorne auf den ersten Platz. Oh Mann. Müssen wir den nur noch uns gehalten. Ne? Sehen wir nicht. So. Gucken wir hier. Den schießen wir mal ab. Jetzt sehe ich nichts. No. Dann muss man schon fliegen. Fliegen. Und ich gebe mal ein bisschen Gas in der Luft. Bin noch Zweiter. So. Hopp. Na. Ganz weit vorne der auch. Zack. Einmal Gas. Zack. Uah. 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 Drecksack, was er ist. Echt mal. Jetzt bin ich dritter. 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 Die fahren hier alle relativ gut. Das ist ja nicht zu passen. Oh. Der ist hinten gegen mein Ding gebollert. Feine Sache. Ich muss noch ein bisschen mehr Stoff haben. No. Fünfte Platz. Richtig übel. Ja. Vierter. Zack. Gar nicht so einfach, wie es aussieht auf einmal. So. Und dann gehen wir mal hier in die Vollen. Zack. 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 Ja. Raumziel. Nein. Dritter Platz. Okay. So. Weiter. Weiter. So. Kommen wir jetzt zur Tore-Tingelei. Okay. Durch Sprache. Fünf Tore. So. Direkt mal hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vierter. 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 Da rein. Eins. Zwei. Drei. Hab sie alle erwischt. Zwar nicht besonders gut, aber. Dun. 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 Alter. Hab ich doch echt einen verballert. Meine Güte ey. Falsch. Falsch. Richtig. Mies. Ich weiß nicht, was heute los ist. Falsch. Wie Kobold ey. 26 Stück. Naja. Und einen wieder verpasst. Na. So. Weiter. Okay. Somit haben wir Donkey Kong Cup auch clear. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder zum nächsten Cup. Auf Wiedersehen.